In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Sternbildschwert in Eldenring bekommen könnt. Es handelt sich dabei um ein türkises Katana mit der Kriegsasche Onsense Sternenreihe, das mit Stärke, Geschick und Weisheit skalierbar ist. Ihr könnt diese Waffe direkt am Anfang des Spiels bekommen, ihr müsst dafür nur einen Miniboss erledigen. Am einfachsten ist es, vom Schnellreisepunkt Westliches Himmelblaues Ufer zu starten. Habt ihr diesen Schnellreisepunkt nicht, zeige ich euch eben, wie ihr hierher kommt. Schnellreisepunkt 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nun vom westlichen himmelblauen Ufer geht es einmal zu der Markierung, die ich auf der Karte platziert habe. Am Ende findet ihr am Ufer ein paar Gegner. Dabei ist auch die Halbmenschkönigin Mariga. Besiegte sie, dann erhaltet ihr das Sternbildschwert. Danke fürs Schauen des Videos und bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Das war's. Das war's.